Treue Assistent oder Trojane am Körper, um dieses Thema geht es heute bei der Diskussionsveranstaltung von DIVSI. Ich spreche mit Stefan Noller, er ist Geschäftsführer und Gründer von uBIRGE GmbH, einer Firma, die sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt. Herr Noller, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von uBIRGE GmbH, ein Unternehmen, was sich durchaus mit dem Internet der Dinge und damit auch einem Thema beschäftigt, um das es auch heute geht. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Danke für die Einladung. Heute geht es um Themen des Gesundheitstrackings, wir beschäftigen uns mit Begriffen wie Wearables, Tracking. Worum geht es da? Können Sie uns das erklären? Es geht bei Internet of Things und Wearables grundsätzlich darum, dass Dinge, die bisher nicht mit dem Internet verbunden waren, in Zukunft mit dem Internet verbunden sein werden. Und wir daraus halt versuchen, verschiedene Vorteile zu generieren, dass man zum Beispiel auf einer App plötzlich sehen kann, wie viele Schritte man gelaufen ist oder ein klassisches Beispiel für Internet of Things ist, dass der Rauchmelder, der bisher dann immer irgendwann nervig gepiepst hat, wenn die Batterien leer waren, jetzt rechtzeitig eine E-Mail aufs Handy schickt von sich aus und sagt, die Batterien müssen getauscht werden. Das ist Internet of Things. Und das wird eben noch deutlich weitergehen, als wir es bisher sehen können, weil die Geräte immer kleiner werden, immer weniger Strom verbrauchen, sodass man davon ausgehen kann, in wenigen Jahren wird jeder irgendwelche elektronischen Dinge mit sich herumtragen, in der Kleidung, am Körper und so weiter. Da sprechen Sie ein interessantes Thema an, das ist ja auch heute im Titel der Veranstaltung Treue Assistent oder Trojaner am Körper. Welche Chancen verbinden Sie mit dem Thema? Also ich sehe wirklich große Chancen, weil es hat was natürlich zum einen mit Selbstbestimmung und Autonomie zu tun. Also wenn man sich selbst, wenn Sie zum Beispiel zum Arzt gehen, dann war bisher immer der Arzt in der Datenhoheit. Wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat, dann hat er einen gemessen, dann hat man entweder gute oder schlechte Werte. Heute und mit dem Internet of Things tragen Sie vielleicht ein Gerät, das das trackt und Sie sehen auf Ihrem iPhone oder Ihrem Android-Telefon die Werte selber und haben de facto genauere Messungen zur Verfügung als der Arzt, auch viel Zeit näher und können Ihr Verhalten darauf abstimmen, sehen vielleicht, dass der Blutdruck mittags immer hoch geht und nicht morgens und solche Geschichten und haben dann eine stärkere Position beim Arzt und natürlich auch eine bessere Motivation, sich selbst das Verhalten zu ändern und so weiter. Gibt es auch Herausforderungen? Ja, natürlich gibt es auch Herausforderungen, weil das natürlich sehr persönliche Daten sind. Also je näher man an den Körper, an das intime alltägliche Verhalten heranrückt, desto kritischer wird es, wenn die Daten verloren gehen, missbraucht werden, verkauft werden und so weiter und so fort. Insofern sind da riesige Herausforderungen, dass die Daten sicher gespeichert werden, verschlüsselt übertragen werden und diese Geschichten. Als Geschäftsführer von uBird stehen Sie dem Thema wahrscheinlich sehr offen gegenüber. Mein Hund hatte früher immer schon den Chip im Ohr. Können Sie sich vorstellen, sich auch zukünftig all diese Geräte in den Körper implementieren zu lassen? Also ich habe tatsächlich eine differenzierte Meinung. Bestimmte Dinge würde ich nicht machen. Ich habe zum Beispiel aufgehört, mein Laufen zu tracken. Bei anderen kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also ich sehe dem mit Freude entgegen, Dinge zu tragen, die mich tracken und mit denen ich irgendwas machen kann. Aber ich sehe auch ganz klar die Autonomie, dass man selbst entscheidet, wo man es gut findet, wo man es abstellen möchte und wo man es überhaupt nicht möchte. Das ist sehr wichtig und das wird zum Teil momentan wirklich grob missachtet von den Anbietern, die derzeit am Markt sind. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.